Xigstur durch das Grab jetzt nach dem Ausspannen versucht Swinilnisch der Ruba gerade Patjara Pechabon ein klein wenig Rubsch bei I zu bringen. Ein fast aussichtsloses Unterfangen, obwohl sich die junge Diplomatentochter als äußerst gelehrig erweist. Man muss einfach auf zu viele Nuancen gleichzeitig achten. Die Rubalaute sind auch nur mit viel Übung leidlich nachzuahmen. Deshalb hat selbst Patjara schnell genug. Doch sie hat bereits etwas anderes im Petto. Sie trommelt ihre Bande zusammen und verteilt die Arbeitspläne. Jeder Arzt hat die Arbeitspläne.